Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Wiedme Schlumpf, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer und auch liebe Medienleute, wir freuen uns sehr, im Namen von Swissite euch hier begrüßen zu dürfen. Es sind an die 100 Schülerinnen und Schüler, die hier stellvertretend da sind, für die an die 20.000 Kita, die jeweils auf die Strasse gehen und für Swissite Abzeichen verkaufen. Und heute ist der Tag, wo wir euch ganz herzlich dafür danken. Weil ihr sammelt sehr viel Geld für Swissite, das ist etwa eine Million Schweizer Franken, die zusammenkommt und die ganz einen wichtigen Beitrag darstellt für die Arbeit, für die Projekte, die Selbsthilfekräfte, die wir dann in armen Ländern umsetzen. Geschätzte Frau Morell, liebe Begleitpersonen, liebe Schülerinnen und Schüler, und ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit euch sein darf. Ich möchte euch damit auch danken, danken dafür, dass ihr so viel gesammelt habt, dass ihr etwas getan habt für andere. Ich weiss selbstverständlich, wie wichtig die Swissite Stiftung ist, aber vor allem auch das, was jetzt gemacht wird, was man macht für Leute, denen es weniger gut geht als euch, als uns allen zusammen. Und ihr leistet da etwas sehr Wichtiges dazu. Welche Präsentation habt ihr in der Gymnasie? Und dann, als ich in der Gymnasie war, wollte ich eine Medizin, eine Medizin für die Kinder, und dann habe ich mich geändert. Ich bin jetzt Jurist, Advokat, Notär geworden. Haben Sie einen Butler? Wo ist Mina Butler? Wo ist Sarah? Ich habe keinen Butler, aber ich habe eine sogenannte Weiberin. Das ist Schmitz, kippt mir in die Hand. Ja, das ist Schmitz, dies Land, dies Land. Ich denke, wir können alle glücklich sein, dass wir in der Schweiz leben. Es ist unser Land und es ist euer Land. Und es ist auch wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, gerade ihr jungen Leute, dass ihr euch später auch dafür einsetzt. Welches waren ihr Lieblingsfächer in der Schule? Also in der Primarschule war es Rechnen. Ich habe am liebsten Rechnen gehabt und dann habe ich auch noch sehr gerne Geschichte gehabt. In der Kantonsschule war es dann Mathematik und Latein. Wie können Sie als Bundespräsidentin die Entwicklungsländer am besten unterstützen? Wir sind mit Entwicklungshilfe überall eigentlich, oder mit vielen Orten vor Ort und versuchen wirklich vor Ort zu helfen. Wir machen auch in internationalen Organisationen mit, die in der Entwicklungshilfe tätig sind. Und die Schweiz hat jetzt auch ihre Beiträge an all diese Länder, Entwicklungsländer erhöht. Ich meine, das ist der richtige Weg. Aber vor allem Vororthilfe, das ist das Beste, was man macht. Wir sind Kinder in der Länder, sind in unserem Dorf zu Haus. Wir sind Kinder in der Erde, doch was machen wir da raus? Ihre Welt ist auch wie unsere, sie ist hier und eben an. Komm, wir wollen sie verändern, komm, wir fangen bei uns an. Es geht nicht allen gleich gut wie uns hier in der Schweiz, wie euch auch. Und ihr wollt die Welt verändern und macht etwas dafür, ihr habt etwas dafür gemacht. Ihr habt Abzeichen für SwissSat verkauft. Und ihr habt vielen Kindern damit auch eine Hoffnung gegeben. Irgendwo auf der Welt habt ihr ein Licht gebracht für viele Kinder. Und das dürft ihr für euch jetzt in Anspruch nehmen und mitnehmen, dass ihr in eurem Rahmen, was ihr gemacht habt, dass ihr habt helfen können. Und ich würde, ja, ich denke, ihr solltet das auch weiter sagen, anderen Schülerinnen und Schülern, wie schön das ist, das Gefühl zu haben, dass man anderen hat helfen können. Und ich würde, ja, ich denke, Untertitelung des ZDF, 2020